ich bin jetzt sonys bester freund und dagegen könnt ihr nichts mehr sagen die eine wunderschöne überraschung wirklich mit uns rum machen wieso habe ich nicht genügend wie darf ich mehr als 20.000 wie kann ich mehr als 20.000 von diesen dingern holen mir geht's nicht mit mehr ich kann mir keine maske kaufen eiskalt nein was auch immer gut das funktioniert wieder sehr gut ich will doch nur am rad drehen mann und los geht's bitte 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 auto bitte 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 ich sehe dich interview ja weil ich habe 20.000 bekommen ich hole mir ist es jetzt auch so nie habe ich mich jetzt umdrehen ich bin ja noch nicht so nie wir haben eine überraschung so nie macht mit uns rum kommen was ich habe gehört du magst pizzas mit ananas wir wollen nur mit japan ich bin ich klar weißt du magst pizza wir wollen auf deine pizza drauf lass mich bitte auch aufs motorrad ist doch meins danke ich weiß was für bastarde der eine nimmt mein motorrad fährt weg der andere fährt mich von hinten erst mal an ja danke bitte warten du magst doch ananas alte fressel wasser mal nachfeuern was ich bleibt oben dann holen wir dich ja jetzt ist schwer ich liebe ich bin auch tot ich hole meine wäsche ich höre schnell okay auf geht's wer fährt er zu sehen ja das level 37 der wird schon nicht so schlecht sein wir machen die pizza fertig ich fahre ach so nein ich fahre nicht ich glaube wir steigen aus nein nein okay warte doch doch was jetzt ich weiß noch mal alter das ist so scheiße zu ziehen zwei noch hinten recht ja die sind wo sie noch welche hast du die ersten auto ja okay dass wir noch irgendwo einer hatte schaltet weg fährte mit dem bmx weg ja hast du ja wie sie jetzt bei dir klappt es bei euch ja wir müssen hier war ihr seid ihr seid schon fast da okay was machen wir jetzt einfach drauf schießen oder die sonne erst mal zu treffen kommen also ja genau geht weg zurück drive bei mit attack 9 erp ist ich doch heute ich bin gleich tot ich esse wie ist man denn wie ist man mit select und dann auf snacks alter ich muss auch ihr muss auch select und dann inventar oder was snacks 2 nur noch bleib wo du bist ja wenn doch nicht vor man kann sehr nicht bitte sagt nicht dass wir von ganz neu beginnen müssen man safe am arsch der typ ist raus ja jetzt reicht okay jetzt haben wir die oder noch der eine ja man lasst nachher snacks kaufen genau ich habe das halt ganz vergessen dass sowas gibt über ich wusste das gar nicht ja da hast du so snacks und ein sony also nicht fertig war noch einer das auto erledigt so wie sie einer der fahrer ist noch am leben oder ja ja gut war weg du bleibst mitten drin stehen du hält ja sehr gut ich bin wieder tot jetzt drücken wir nix 9 9 2 weil jetzt wird neu gestartet jetzt fahre ich aber bis dahin soll jetzt erstmal hier hinter diesen dingern da kannst du stehen bleiben hast du mich fertig sagte soweit hatte jetzt die anderen stehen noch nicht mal sagt wenn ihr soweit ich bin schon dabei steigt ja auch in den lowrider oder was macht ihr ja ich habe mich wieder ich habe mich wieder in den lowrider gesetzt ja jetzt schaust du sie von hinten so vorne leicht zu killen ja wenn die näher rankommen würden irgendwie irgendwie kommt da keiner mehr jawohl sie wie sie sagt der uren so zwei spieler ja ja dann kann man sehr schnell machen oder er hat sich schon alles gemacht wird jetzt kommt er da an alter mit seiner gammelkiste der zur breder zu viel so kommt er nicht einfach auf den punkt welchen willst du okay gleich kommt er wie setze ich denn wieder ab den wagen wo einmal tippen dankeschön da wir sehen die wohl auch sorry sehr gut ja toll jahre ist es ohne ja ja es klappt okay aber das ist nicht so schwer ach so wir dürfen da nicht dahin fahren wo die kegel sind wusste jetzt nicht dass man die gleich zeigt vorsicht einer ist auf der autobahn langsam okay der wartet der hat uns gesehen was passt jetzt fährt er weg der dreht komplett um vor sich nein nein mich nicht mich schon aber durch wie man was für ein schaffen wir es ja fest durch fest durch wir schaffen es müsste uns nicht sehen knapp aber gut was geht locker 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 jetzt haben wir es ja wohl jetzt ja nicht nach der schießerei das kann vielleicht sein alter wie viel schaden bekommen hast oder was alter fragt 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 auf den dächern mit uns oder ja auf den dächern auf den dächern ab sie nein falsche falsche seite ich brauchst nein aber wir müssen jetzt von hier hoffe ich doch anfangen ja ich bin tot was bist du wieder tot mission fehlgeschlagen dein team ist ausgestiegen bis zu weit weggelaufen keine ahnung bei ja jetzt schon wieder von der seite ja mann schon wieder tot hallo tot das aber noch einer hinter dir jetzt schon was ich mich gehalten was das was das was das was jetzt ist war mit der verannte alter wir haben es geschafft oh mein gott ist aber ziemlich easy jetzt ja wenn man halt weiß von wo die ungefähr nicht von vorne hinten links rechts